USA bewertet Montepaper Platte, Sascha von 1 bis 10, hot im Central Park. Das Ding ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Bock habe, mir das anzuschauen, weil die Vorschau-Bilder schon wieder sind wirklich einfach bodenlos. Ich hoffe, das ist nur Bait und es werden original gute Bilder aus der jetzigen Zeit genommen. Moin Leute, Trimax hier. Wir drehen heute, ich weiß nicht, ist das meine erste Straßenumfrage überhaupt? Ich glaube schon. Wir sind in New York, wir sind im Central Park. Strobel kam gerade dazu und ist natürlich auf Englisch, deswegen schicke ich da sehr gerne mit meinem Bruder auch vor. Der ist morgen weg, deswegen heute nochmal ausnutzen und lass gerne. Big Z, danke dir für fünf gegiftetes Selbstkuss. Abo da, wir haben noch richtig viel geilen Content hier geplant in New York als Vlogs, auch als Livestream mit Chef Strobel, noch einen Helikopterflug und super vielen geilen Sch**s. Ja, ich würde sagen, wir haben gar nicht gesagt, was das Thema ist, ne? Achso, ich zeige heute, ich zeige den Leuten hier Bilder von deutschen Streamern und YouTubern. Und die müssen sagen, wie hot sie die finden von 1 bis 10. Es ist original auf 1080, 60. Keine Ahnung, die Qualität ist nicht so geil. Chef Strobel, wie hot bist du? Ich habe keine Ahnung, ja? Nur fünf. Das geht's. Und woher sind wir? Wir sind von Florida. Florida. Er sieht wie ein F***boy. F***boy. Ja, er sieht. Gute Augen, okay. Oh ja. Oh ja. Nein, nein, nein. Sehr bütchig. Bütchig? Er sieht sehr alt. Oh, er ist zu jung. Fruity. Fruity? What does Fruity mean? Wir zeigen dir einige famöse YouTuber und Streamer aus Deutschland. Und du kannst sie von 1 bis 10 raten. Okay. Trimax aber auch 5 hat, Digger. Könnt nicht ein Video an auf seinem Kanal, schickt einfach seinen Bruder vor, Digger. Und du kannst hart sein. Wir können es in Deutschland nehmen, okay? Okay. Was denkst du über ihn? Sascha. Ich will nicht schlafen. Ich nehme 5. 5, okay. Ich sehe Potential. Potential? Potential? Ja, aber es ist auch bodenlos. Die Bilder sind ehrenlos, sage ich ehrlich. Potential, yeah. 3. 3-Hand Potential. Okay. Why does he look like an AI? Like an AI? Yeah. He looks fake. Yeah. He looks like a child. Like a... Das Bild ist bei der Produktplatzierung zu dem Film Wir entstanden. An AI. Yeah, he looks like a... You're pretty hot though, like an 8. Pretty hot AI. Okay. Pretty hot like an 8 or an 8. For an AI. 8. 8? Yeah. Yeah, he looks pretty nice actually. Yeah. I like the pumps here. The what? The pumps. The pumps. You gave him an 8 because of the pumps. Yeah, I like the photo. Ah, the photo, okay. Yeah, his name is Sascha. What do you think about him maybe? His characteristics. He looks nice. Yeah, he looks like he's funny. He's funny. Hast du den Film eigentlich gesehen? Klar. Yeah. He is. Oh, he's got cute. Das ist wirklich... Das ist wirklich ehrenlos, Digga. Wo haben die denn das Bild von Papa Platte rausgekramt? Ich finde, er sieht auf diesem Bild wirklich so aus wie so dieser Highschool-Boy, oder? Es sieht nicht deutsch aus, finde ich. He's kind of cute. He looks kind of weird, but kind of cute. He looks like an old picture. Weird? You said weird? Yeah, it looks like, I don't know, odd. But I'll give him an 8. An 8. Wenn die aber wüssten, was der für eine Fleischpeitsche in der Hose hat, würden die ihm den jetzt 10 von 10 geben, Digga. Vertrau. 8. Odd? He's a little bit odd, but an 8. Yeah. Yeah, it looks like an old picture, so I'll give it a 6. 6. Okay, okay. Yeah, kind of 6. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Do you follow my... Yeah. Blue eyes, it's good. It's good. Okay, from 1 to 10? 7. 7. 7, yeah. Yeah, an obvious 7. Very, very beautiful smile. Very beautiful smile. What do you think about him? Oh, he's too young. Too young. He's too young. Yeah, it's giving like the Justin Bieber flow from like 2012. I think with like a few more years, he's gonna be a very attractive kid. I mean, he has like... In a few more years, maybe. He has potential, he has potential. Definitely. Okay. I agree. I just feel it's illegal to rate. I don't know why the people get a good rating. And I know exactly why my dämliches picture, in which I see like the handsome brother of Moneyboy, they're going to be so dead. Okay, okay. Some years later, I have this picture of him. Okay, yes. He did well. Good job. He did well. I like the hair. Ah, okay. Yeah, I agree. Got kind of an interesting look. Interesting, okay. I think it's the look, the persona, but yeah, he's got like a kind of persona look. Hopefully, they'll show me a picture later. To me, they say they're not f*** boy, to me, they say they're a boy. He's a little bit like a f*** boy. Yeah. He looks like an artist. Artist. Yeah. He looks like he collects sneakers. He's a little young. Yeah, he looks young. Yeah, okay. The hair is like a Justin Bieber haircut, so not my type. Ah, okay, okay. I agree. I don't love the hair, but he looks a little overly happy. Overly happy. A little fake, a little fake. Yes, exactly. Yeah, a little fake. Six. Six, okay. He can like do things to work with it. Okay. Fix the hair. He has potential. Yes, exactly. Yeah, we've heard it. We've heard it. Some years later. Oh. Oh, okay. Wow. Oh, so he did fix his hair. I'm proud of him. I mean, it's still a little funky. Yeah, it's still a little funky. So, so, I don't know. What makes his hair funky? There's kind of like two strands just curled over, hanging out. But I mean, if he rocks with that, like... Das, das, äh, Problem hab ich nie gehabt mit, äh, Frisur, Digga. Ich hab ja immer Cappy auf. Okay, ich war gerade duschen noch, meine Haare sind noch nass. Ah, was ist das denn da hinten, Digga? Hallo. Äh, wenn ich keine Cappy auf hab, dann mach ich mir meine Haare einfach immer so nach vorne. So, und gut ist. Und passt. Einfach grau. Nee, ist das Licht hier. Übertreib jetzt nicht, sonst kriegst du einen Bann. Cappy. Go him. Okay. Wait, six out of ten. Yeah. Six out of ten, yeah. Ja, ich hab ja schon viele hässliche Hunde gesehen in New York, aber die toppen ja alles. Die haben beide den Zopf vorne. Den ist ultra heiß. Und die sehen aus wie totale Loser. Wahnsinn. Äh, one to ten? What would you say about him? Oh, like it. Two? Aber, boah, ist doch kein Problem. Aber warum nehmen die immer diese scheiß Bilder von Dings? Das ist das bodendoseste Bild, was ich übertrieben hasse, von der Bild-Zeitung. Two, yeah. Es ist, wie er aus der Prisone. Das ist ziemlich hart. Er ist nicht einer von euch, ist es? Sorry. Just really. Er ist wahrscheinlich der größte Streamer in Deutschland. Oh, fuck. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn er die Fasestats hat. Aber ich bin sicher, dass er nicht die Fasestats hat. Ich bin sicher, dass er sehr enttäuscht hat. Nein. Six, seven? Six. Dinger, wie kann das? Wie zum f***en kann das Bild in sechs bis sieben bekommen von den und acht, scheiß drauf. Das ist, ja, egal. Alles gut. All Gucci. Six, seven, yeah? Ja, like a six, maybe five. Maybe five, ja. Five, five. Was würdest du sagen, was für eine Person ist er? Hmm, I don't know, he has a chain, so maybe he comes off a little arrogant. Yeah, Gucci, for sure, yeah. Ein bisschen, hat sie gerade gesagt, es kommt ein bisschen, ich bin ein bisschen arrogant, weil ich eine Kette trage? Das habe ich ja noch nie gehört, digga, dass man wegen einer Kette arrogant, okay, sie trägt einen Ohrringe, scheiß drauf, sie ist eine b****, ganz einfach. Ja, muss man nicht verstehen, digga. A little bit douchy, arrogant. Yeah. Bitchyful, bitchyful. Yeah. Very bitchyful. Very bitchyful. Mm-hmm. Bitchyful? Bitchyful, yes. Ich bin nicht damit einverstanden, dass bei den Glow-Up-Bildern von den anderen schöne Bilder genommen worden sind und Trimax und sein Bruder dieses bodenlose Bild von mir genommen haben, digga. What is that? Beautiful. Wow, a little bit fun. Ah, okay, okay. I like the style. You like the style? Yeah, yeah, yeah. What about the style? Ähm, hat. The cap, the cap? Yes, yes, yes. And the tattoo. And the tattoo. One to ten, one to ten? Eight. Yeah, eight. Eight, okay. No, 42. 42. Okay. The age? No, no, not the age. Okay. Okay. Ja gut, Freunde, das war's dann heute auch mal im Stream wieder. Ich gehe mich in meinem Loch im Keller vergraben. Hat geraten, dass Monte 42 ist. What would you give him from one to ten? Five. Five? Why? I don't like his... Hat? Hat, yeah. Okay. He looks so old. And, yeah, five. Five, okay. Because of his hat and he looks old. Yeah. Okay. I'm just seven. Seven, yeah. Seven, yeah. Why? Why seven? The high isn't really doing it for me personally. Also, die Bewertungen in den USA sind aber an diesem... Digga, da kracht's komplett. Croy, ist es wirklich so? Warum wird da nicht ein schönes Bild wie vom Boxkampf? Ich meine, wenn ich jetzt, ne? Also, ich bin... Digi, mir ist es ja relativ egal, wie die mich bewerten, weil es sind irgendwelche Personen aus Amerika. Aber warum wird beispielsweise nicht das Bild genommen? Also, jetzt nur mal als Beispiel, ne? Ist ja aktuell. Oder das einer von den Bildern hier. Guck mal, weißt du, wie ich meine? Es ist jetzt ja nicht so, als wenn da nicht auch ein... Okay, das jetzt nicht unbedingt. Ist jetzt ja nicht so, als wenn da nicht auch ein Blow-Up stattgefunden hätte in den letzten Jahren bei mir. Oder das wunderschöne Bild. Aber gut, es ist halt zur Unterhaltung und das akzeptiere ich. Ich finde es eher respektloser, dass dieses Bild eine Sechs- bis Sieben bekommt, Digga. Das ist mein absolutes Hass-Bild. Das war für meine erste... Ich glaube, für meine erste Autogrammkarte. Das Foto habe ich gemacht im Fotoschatke Buxtehude in dem Oldschool-Laden, Digga. Ich mag nicht eine Chain, aber er hat einen schönen Gesicht. Mit einem schönen Gesicht. Dankeschön. Er ist average attractive. Ich würde ihm, like, ein Sechs. Ja, ich würde sagen, fünf. Six. Six. Und warum? Er ist zufrieden für mich. Ich bin nicht der Typ. Zufrieden? Okay. Nicht mein Typ. Nicht dein Typ. Ich gebe ihm ein Sieben und ein halb. Sieben und ein halb, okay. Fünf. Fünf. Warum fünf? Er ist einfach zu gut-schauend, aber das ist nicht mein... Zu gut-schauend? Ja, ziemlich average. Ja. Ja, ziemlich average. Ich habe viele Leute gesehen, die so wie das sehen. Ja. Okay. Was denkst du über ihn? Ist er ein schöner Typ oder vielleicht ein bisschen rutsch? Er sieht, dass er ein bisschen mean ist, dass er mich fuhren würde. Oh, wirklich? Ja. Wie ein Bad Boy. Ich fühle mich einfach, dass er heiß ist, also er würde ein bisschen rutsch sein. Narcissistisch. Ja, ja, ja. Ich kann dich auf das agree. Ähm, kann man... Es ist wie ein F-Boy, das Lipppiercing. Wie was? Digga, jetzt mal no joke. Wer ist das eigentlich? Also, ist das Marc... Nein, das ist doch nicht Marc Eggers. Wer ist das? Das ist nicht Marc Eggers. Okay, scheiß drauf, Digga. Ein F-Boy, ein Spieler. Ein Spieler, F... Aber war... Also, da muss ich eigentlich Tryangs mal anrufen, aber ich glaube, das ist eine andere Zeitversetzung. Warum wird von mir das Bild-Zeitung-Foto genommen, Digga. Darauf komme ich nicht klar, Mann. Boy, all. Yeah, in Germany we can say those words like a fuckboy. Oh, okay. They're a fuckboy, basically. Six. Six. Yeah, six. Five. Six, six. Five. What do you say about his style? I don't like his... The T-shirt? The chain. The chain. Six, six. Oh. What? Um... Um... I think... Maybe... Looks like... Why are you laughing? I don't even know. Ouch. It's just a little... You can be honest, you can be honest, direct. Seven and a half, I don't know. Okay, seven and a half. I'd give him an eight. An eight, okay. Everyone, one to ten, one to ten in a rating? What do you think? I cannot like him, right there. He looks like... He looks like he's on Facebook. Yeah. Oh, seven, maybe six. Oh, seven, yeah. Maybe six, okay. What would you say? Seven, eight? Seven, eight? An eight, okay. Looks a little, I don't know, fruity, whatever. What is it? Yeah, man, hallo, bisschen fruity. Bewert uns so ein bisschen random, ja. Fruity? Fruity? What does fruity mean? Like a little, maybe... Gay. No, that's fine. That's totally fine. It's very superficial, but that's your... Looks sexy as fuck. Speaks to, really? First impression, so it's fine. A little bit fruity. One to ten? He's a ten. Oh, a ten. Yeah, he's good looking. That was quick. Yeah, he's good looking. He's good looking. Marker, I don't have to be a drawer. Is he famous for being good looking? Maybe, but he's actually doing surveys on the street as well, like we do. He looks like a fuckboy. Fuckboy. Yeah. He does. Yeah, maybe if he was smiling with his teeth, he might look more friendly. Um, like a... Like a six, maybe? Looks like Harry Potter. Six or seven, okay. Looks like Harry Potter. Maybe if he changed his hair a little bit. And the eyebrows. Yeah. Okay, in which direction? I'm not a hairstylist, so I can tell you that. Harry Potter, nigga. We're just different. To the side, okay, okay. Six? Six, yeah. Again? Yeah, like a six. Yeah, six. What would you say about him? He looks like he plays a sport. Ah, e-sport, yeah. Athletic. He looks like his eyebrows. Nice eyebrows, okay. Oh, yeah. Oh, yeah. No, no. Maybe, maybe an eight, maybe an eight. Seven. Okay, he's a seven. He's like a seven. Seven, seven. Got you. I... An eight? Eight, yeah. Eight, yeah. Eight, yeah. Why an eight? Why so high? Um, I mean, I think... I just think he's cuter than the other one. Yeah, he's kind of cute. He's kind of cute. His eyebrows are a little intense for me. The eyebrows are a little bit too intense. So if the eyebrows would be a little bit lighter, maybe a nine? Sure. Yeah. Sure. Sure. From one to ten, spontaneous? I feel like he's not a... Seven? Seven. He looks... Um, I'd give him... Yeah, I'd give him a seven. Yeah, why? Why seven? He's cute. The face is a little, like, unproportional. Unproportional? I don't know. How do you mean? There's something a little off about it. Yeah, yeah. I feel like you're pranking us right now. Really? I feel like he's not a YouTuber. Really? Yeah. Because his face is a little bit off. I don't know. No, not because of that. He just doesn't... He's in athletic clothing. I feel like he's not a YouTuber. Okay, okay. Yeah. No, I agree. And his face looks a little bit like... Photoshopped. A little bit off. Yes. He looks very square. Okay, okay. He's actually an E-Sportler. That's why he's dressed that way. Okay. Oh, wow. He looks... Also, eins halten wir fest, Digger. Sie haben von mir das Vorher-Nachher-Bild richtig reingeschissen. Much older. Why are you laughing? Oh, he's very cute, too. Das könnte auch Knossi seine Schwester sein. He just seems smarter. He seems smarter. Yeah, smarter. One. One. Probably around the same. He's probably a little old. Yeah. He looks like he's funny, though. Yeah, I'm sure he is. Yeah, he looks funny. Oh, yeah, background comedy. Like, very entertaining. Five, I guess. Okay, five. Yeah, I give him a five, too. Why are you laughing? He's just a little too old for me. And what do you think about him? Why are you laughing this time? You can be honest. It's fine. I mean, he's an older man. And I think maybe a... Maybe a three out of ten. Yeah, I'd agree. He looks nice, though. Yeah, he looks very nice. He's happy. Yeah, but why exactly a three? Just not my type, personally. I would agree. Yeah, okay. Yeah, okay. What will you give him? Like a... Like a three. Three? Yeah. I'll give him a two. Two. Yeah, well. Okay, what kind of a person is he? He looks like a fuckboy. He looks sweet, I guess. Sweet. Yeah, nice guy. Yeah, nice guy, sweet. Cool. From Romatra, nigga. He seems like he's hilarious, so I'll give him a four. Four, because he's hilarious. Yeah. He has a lot of humor. Yes, exactly. Why would you say that? Just the way he's like posing and the costume. A little bit of style. A little bit of style, yeah. Well, he looks like he does like funny skits on TikTok. Yeah. He looks like a TikToker. A funny TikToker. Six? I do like his glasses, though. Oh, okay. Yeah, he looks pretty nice. What would you say? He looks like a fuckboy. Um, I give him like a five or like a four, maybe. Five or four, but pretty funny. Yeah. He actually looks a little bit French, does he? Yeah, yeah. Will you give him one? Was ist? Nee, komm rein. Alles gut, nur nicht vor die Kamera. Was soll ich schauen? Ja, ich guck sofort. Ich komm, gib mir kurz zwei Minuten. Und Agatha war einkaufen, hat Blumen gekauft und so. Ich muss kurz einmal gucken gleich. Hit him! He looks French. I like it, yeah. Okay, perfekt. Well, he looks like Harry Potter. He looks, yeah. Weißt du, wer? Three or four. Three or four? Maybe a five. Do you like the, yeah, Harry Potter kind of look? His smile, it does it, he looks sweet. Yeah. Wie fandest du das Video, Chef? Ey, war super, super moderiert von dir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Easy Upload für Trimax, Digga. Nichts gemacht, trotzdem Upload. So als Gag, ne? Es sind alles mega coole Menschen, so. Sag mal was. Ja, ey, ich kenne die Videos selber. Ist sau oberflächlich, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Nimmt das nicht zu ernst. Aber wenn das die andere YouTuber sehen oder so, dann darf kein Mensch nach dem Aussehen so schnell beurteilen. Doch, das ist hier das Format. Das machen wir hier mal. Spaß unterhalten. Freunde, alle haben gelacht. Warum sieht das so ölig aus? Es sieht mega ölig aus, sauerlig aus in der Selfie-Perspektive. Aber gefällt mir auch zum Ende. Zum Ende doch mal ein bisschen ölig. Bisschen Öl am Ende. Schaut gerne bei meinem Bruder vorbei, der hat das hier gecarried. Ich könnte das nicht. Ich kann nicht fremde Leute ansprechen. Dann das Ganze auf Englisch, das wäre mir zu unangenehm. Du hast eigentlich auch mithelflos gar nichts gemacht. Ich kann nicht gerne die Carried. Ich habe die Cappuccino die ganze Zeit getroffen. Wenn ihr sehr geile Straßenumfragen sehen wollt. Ja, gutes Video. Kommt man sich gut reinziehen. Die Bilderauswahl war ein bisschen random, aber das ist okay, Digga. Am Ende ist es ein oberflächliches Format und lasst euch davon nicht abschrecken, wenn ihr so denkt, oh, wenn ich so bewertet werden würde mit einer 3, 4, 5, 6, ich will immer eine 10 von 10 sein und habe Angst davor, dass andere mich nicht als 10 von 10 sehen. Letztendlich ist natürlich ein Bild einfach sehr oberflächlich. Du kannst bei einem Bild deinen Charme nicht ausspielen. Du kannst mit deiner Aura und, 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 da spielen so viele andere Faktoren auch eine Rolle. Also bis zum nächsten Mal. rushing die Säge Ahn malen bis bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.